Ich bin zwei, es geht mir gut dabei. Ich, ich bin zwei, es geht uns gut dabei. Der eine lacht, der andere weint, wenn mit Macht die Sonne scheint. Der eine weint, der andere lacht, wenn's draußen blitzt und kracht. Ich, ich bin zwei, das ist doch gut so, es bleibt jetzt dabei. Ich, ich bin zwei, und das ist gut so, es bleibt jetzt dabei. Kommst du immer noch mit einer Pause, hol dir doch mal mich ins Haus. Dann bekommst du es mit, wie gut es geht zu dritt. Wir zwei, beide wären diese drei. Ich, ich wär freudig, doppelt mit dabei. So viele leiden wegen ihrer Schizophrenie. Ich, 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 ich dagegen, ich genieße sie. Denn ich bin nicht gern allein. Und ich muss es ja auch nicht sein. Weil ich bin ja zwei. Und habe meinen Spaß dabei. Mach deswegen bloß nicht so'n Geschrei. Sonst lass' ich noch die vielen anderen in mir frei. Mach deswegen bloß nicht so'n Geschrei. Sonst lass' ich noch ganz andere in mir frei. Noch ganz andere in mir frei. Wir haben hier gemerkt, also jetzt ist der Saal voll. Und wie ich zu meiner eigenen Überraschung mitkriege, meine Figür, ich geh zu sagen, die klatschen auch schon kräftig mit. Das war jetzt ja ein Beifall von doppelt so vielen Leuten, als sie hier versammelt sind. Hat sich denn jemand schon etwas ausgesucht von meinen Kinderchen? Für Rosi und für euch alle, der Favorit. Ist das okay jetzt mit dem Verhältnis? Wir wollen nicht so viel Kraft machen da. Weil wenn wir nicht so laut machen, dann kommen so viele rein da. Wir wollen das unter uns bleiben. Der Favorit. Von allen, die dich am allerliebsten haben, hab' ich dich am allermeisten lieb. Von allen diesen allerliebsten Knaben bin ich der, der heut' mal übrig blieb. Du nimmst mich mit, ich bin dein Favorit, ich glaube, heute Nacht bleibst du mir treu. Heute bleibst du mir treu und nimmst mich mit, ich bin dein Favorit. Alle, die so gerne ihre Zeit mit dir verbringen, hab' ich heute mal nach Hause geschickt. Ich sagte was von Krankheit, Pest und Tod und solche Dinge, da haben die sich gleich schnell verdrückt. Wär's nicht gesund, wär's überhaupt nicht mehr hier und das haben die geglaubt. Alle, von denen du umworben wirst, die denken doch nur an ihr eigenes Glück. Nur weil du mal angeblich nicht so richtig funktionierst, ziehen die sich vor nicht schnell zurück. Ach, diese Leute denken nur an sich. Drum dachte ich heute mal an mich, ich dachte heute mal an mich. Die anderen Leute denken immer nur an sich. Heute bin ich der, der dir die Zeit vertreibt, weil außer mir heute keiner übrig bleibt. Nimmst du mich mit und ich bin dein Favorit. Nimmst du mich mit und ich bin dein Favorit. Ich hätte gerne die Nummer 7 machen. Mit Hünchen. Mit Hünchen. Mit Hünchen. Mit Hüchen. Sors. Mit Hüchen. Oder mit Rinderfleisch. Wie heißt denn das? An An mia, An meine Therapeutin. An meine Therapeutin. Wer Therapeut, darf nur mir. Das passt ja gleich zum allerersten Lied, ich bin zwei. Dann machen wir dann gerade ein Stück weiter an meine Therapeutin. Du bist doch die gewesen, die, die mich, als sie mich fing. Nicht schonte und stattdessen sie pausenlos an mir verging. Nicht schonte und stattdessen sie pausenlos an mir verging. Doch in diese klebrig süßen Fallen bin ich nicht, wie man so denkt. Von alleine hineingefallen, hab mich bewusst mit Lust versenkt. Von alleine hineingefallen, hab mich mit Lust bewusst versenkt. Du löstest die Mechanik aus, in mir brach keine Panik aus. Die Falle schnackt hinzu mit ihren fleischigen Chargen. Das Biest in mir ist scheu, doch dir bietet es sich da als Beutetier. Es lässt sich gern von dir domestizieren. Ich bin dir willenlos zu willern. Ich bin bereits bereit, dir deine Wünsche zu erfüllen bis ans Ende unserer Zeit. Horizontal, oral, anal, vaginal, diagonal, gerade schräge Wege, die zu deinem Herzen führen. Es ist, weil deine Innereien nach zerflächer, Liebkos und schreien für mich kein Grund, die Nerven zu verlieren. Du löstest die Mechanik aus, in mir brach keine Panik aus. Die Falle schnackt hinzu mit ihren goldenen Chargen. Das Biest in mir ist scheu, doch dir bietet es sich da als Beutetier. Es lässt sich gern von dir domestizieren, kontrollieren, analysieren. Demontieren, demontieren, therapieren. An meine Therapie. Wenn noch jemand reinkommen, dann nehme ich noch ein bisschen Pause. Gibt es dazu eine Geschichte? Ja, die habe ich gerade gesucht. Und dann habe ich gerade etwas bekommen. Aber, über das der Seite hatte ich noch ein paar Mal warm. Das war so, ich meine Katharina. Ich brauche. Musik von. Vielen Dank.